hier ist sony 21 wir spielen war da mit tycoon kurze information ich habe es letztes mal ja über handy mit laptop verbunden und dort gespielt hat er nicht ganz so funktioniert ich musste noch mal von vorne spielen deswegen ist vielleicht einiges ein bisschen anders und ein bisschen mehr geworden vielleicht eventuell als beim letzten mal aber nichts zu trotz machen weiter däumchen hoch abonnieren und wir spielen gleich sofort so dann war mal da ist was da ist das oder es auch lassen das auch was sehr schön und hier die sehr gut kommt jetzt hier mal die ganze zeit etwas so dann gehen wir nach so ich würde mal sagen dass man erst mal hier abbauen ein bisschen kohle und hier auch noch mal ein bisschen was ab dann habe ich gerade gesehen da können wir was nehmen da genau was nehmen und dann schauen wir mal gleich wo wir weitermachen mit unseren ganzen aufgaben wie ihr seht hat sich einiges getan ne so einsammeln 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 ok und einsammeln so was können wir hier machen verbessern gut haben wir hier können wir auch noch mal was verbessern und hier und nur einmal gut reicht ja auch so dann haben wir hier noch eine aufgabe und zwar ich weiß gar nicht ob ich so viel überhaupt habe so kräuter können wir noch nicht machen ihn können wir auch noch nicht machen erst mal hier warten und zehn schlüssel fehlen uns für ein neues fahrzeug oder haben wir doch schon mehr was da können wir doch schon mal gleich luke luke machen ne werbung will ich mir jetzt nicht anschauen und dann ich habe aber viel Material hm ja 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 denn jetzt jetzt geht es natürlich und zwar einsammeln und dann gucken wir gleich was wir noch machen können der hat ja immer noch mehr gewünsche hier dann müssen wir gleich wieder mal ein bisschen was einsammeln gehen sonst reicht das wieder mit dem ganzen material nicht hier können wir noch was einsammeln sehr gut so selbstwertig aber jetzt immer noch was der programm noch was aber sprachlos wie gleich und ich kann doch hier kann ich jetzt eine andere aufgabe machen ich dachte ich komme ja gar nicht mehr weiter aber hier haben wir noch eine aufgabe die mama jetzt alles was wir kriegen können damit man mal ein bisschen fertig werden wir lange einsammeln und einsammeln und einsammeln so das haben wir jetzt endlich fertig aber ich würde mal sagen erst mal wieder ein bisschen material hier beschaffen war ja doch ganz schön viel was wir jetzt ausgegeben haben mal gucken ist hier auch noch irgendwas ne der ist noch oder genau so erstmal hier wieder was zu erledigen hier haben wir noch was zack 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 mehr ist er hier erst mal nicht noch nie ok wir einsammeln ok wer braucht das du kannst du nicht du benötigen das grüß grüß greta ist auch noch nicht so weit du bist auch noch nicht so weit da hinten du bist auch noch nicht so weit hinten also super einmal wieder was so Du, 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 du. So. Ne, 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 ne. Tutut, tutut. Aha, Level 15. Nein, wir sind ja erst Level 6. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Aha, ich habe mal wieder ein bisschen was bekommen. Einsammeln. So, dann brauchen wir das. Du hast immer noch ein Schluss davor. Aber es wird, es wird super. Ab in den Weltall. Ja, sieht man, dass der Fluss gesächt ist. Das ist richtig lecker. Hinten ist noch ein Schloss. Da ist auch noch ein Schloss. Schloss, Schloss, Schloss. Aber hier hätte ich noch. Na gut. Machen wir erstmal eins fertig. Gucken wir, wie viel Material wir noch haben. So, der ist da. Der braucht Kohle. Hier braucht das. Oh, fünf Minuten. Oh, das ist aber lange bei ihm da. So, was haben wir hier? Ah, hier können wir drehen. Nee, ich will mir keine Werbung anschauen. Danke. So, einsammeln. Ein Tunnel. Später. Einsammeln. Oh, jetzt ist die Rakete gestartet. Habe ich gar nicht gesehen. So, also ich würde ja mal sagen, wir sind mal so gut und bauen mal kurz ein bisschen was ab. Und gucken uns die nächste Aufgabe an von ihm hier. Alle Disponenten sind beschäftigt. Ach so, jetzt stimmt der. Ja, ja, gut. Ja, da ist noch ein Schloss davor. Schloss davor. Hier ist wieder irgendwas zu machen. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, siehst du, da fährt schon was. Ja, ich glaube, da können wir dann gleich nochmal loswerden. Jetzt habe ich das erstmal vollständig. Ich glaube, ich habe nochmal eine Runde, holen wir uns nochmal Material. Und dann machen wir sofort weiter. Werbung, Kartis, nehmen wir doch gerne. Nee, neues Angebot. Ein Angebot hat meistens immer was mit Geld zu tun. Okay, dann können wir jetzt weitermachen und zwar. Wupp, da hat er noch ein Schloss. Ach, ich kann nur den einen machen. Der ist noch gar nicht frei. Huch, ich wollte doch jetzt hier gar nicht hin. Bitte wieder zurück. Danke. Und dann soll man weiter abbauen, ne? Wenn nur eine Aufgabe frei ist. Ah, da startet sie. So, was brauchst du? Du brauchst das. Kriegst du sofort. Müssen wir erstmal wieder was abbauen. Was macht er nach zwei Minuten? Das kann man auch noch hin. Das soll nicht das Problem sein. Da ist jetzt eine 7 davor. Kann ich jetzt 7 mal... Achso, ich könnte sie mal drehen, wenn ich mir... Nee, nein. Aber wir können ein neues Fahrzeug. Fahrzeug. Also Boote, Flugzeuge. Hm, Eisenbahn. Hm, vielleicht mal wieder ein LKW, ein schöner. Hm, ja, ein LKW. Neues Fahrzeug. Aha. Nein, Flugzeuge und Boote habe ich ganz schön viel, aber davon habe ich ganz schön wenig. So, dann einsammeln. So, dann haben wir das schon mal. Einsammeln. Ach, noch die eine Minute. Ja, da hinten ist auch schon frei. So, einsammeln und dann gucken wir mal, was er benötigt. Oh, Schmiedefabrik, ja. Aha. So war das jetzt auch gut. So ein bisschen. Hm, aber ob das jetzt auch funktioniert? Ja, aber dauert ja noch. Okay. Ja, danke. Ja, da hinten machst. Ja, da hinten. Hm... So, okay. Einzamen. Juhu! Haben wir es jetzt geschafft? Fertig? Ich glaube ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt Chlorita fertig. Meine Schrauben sind glaube ich noch nicht fertig. Keine Ahnung, dann wollen wir den erstmal, ne? So, können wir jetzt hier ihn machen? Ne? Aber ich habe doch geguckt, das war doch nicht mehr so lange, oder? Achso, geht nicht automatisch. Hier muss ich mal drücken, okay. Okay. So, einsammeln. Okay, so, dann wollen wir hier erstmal wieder einen Donnel. Na, da kommt doch lange was zu entstanden, ne? Einmal kurz. Du kannst nur sechs, wir brauchen aber zwölf. Also nimm mal dich. So, hier haben wir auch was geschafft, Chlorita. Okay, dann geht's hier weiter, ne? Oh, eine Brücke, 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 gut. Dann reißt du ja, dann reißt du ja, dann reißt du ja, dann reißt du ja, einsammeln. Hm, 16. Oh Gott. Mann, das sind ja hier Anlieferungen, das ist ja der Wahnsinn. Wird man ja arm. Ich glaube, danach kann ich einmal wieder sammeln gehen. So, die neue Brücke ist fertig. Ist das da hinten jetzt auch fertig? Sieht auch gut aus, ist auch fertig. Sehr, 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 sehr gut. So. Wie einmal sagen, machen wir nochmal. Zack. Und einmal, zack. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir einiges verbessern vielleicht. Ach, der Arme war halt. Du schaffst zehn. Na, ich hab's hinschrauben noch. Das ist ja die nächste Frage. Ach, 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 ach. Hab ich jetzt hier noch irgendwas? Ne, hier ist erstmal nichts. Da hab ich auch nichts. Ja, ich hab's wieder mal. Schiffmäßiges, neuer Rechter. Mit vier Stück dort. Ja, okay. Ah ja, gut. Sehr schön. Aber jetzt müssen wir erstmal den Blur erwarten da. Einsammeln. Ne, ich will keine Werbung mehr angucken. Oder war da was anderes? Ne, das aktivieren. Nein, danke. Oh, war ich merklich? Zwei Fahrzeuge gleich holen. Juhu. Na, was fehlt noch? So. Warum sag ich eigentlich alle Fahrzeuge? Ich benutze vielso nicht alle Fahrzeuge. Ich würde doch nur die hochlegen, die ich eigentlich benutze. Ach so. Manche, es geht doch nicht, weil da was fehlt. Ha, ha, ha. Oh, da fehlt schon wieder was. Wow. 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 Okay. Wow. Wow. Okay, und hier liegt sie aus. Später. Sonst würde ich sagen, damit wir wieder Eisen bekommen und Schrauben bekommen, müssen wir erstmal wieder ein bisschen sammeln, würde ich sagen. Das ist ja doch ganz schön viel, was wir da ausgegeben haben. Marquis. Okay, aber hier mal gesperren, was er möchte. Kenn ich gar nicht. Okay, das kann auch eine Stunde dauern. Was wird der denn? Wie lange? Auch eine Stunde. Na denn. Na wenigstens etwas, aber wir müssen erstmal was schmelzen. haben. Sehr schön. Dann können wir wieder zurück zur Koleta. Ach so, doch. Ich habe ja nur ein Fahrzeug. Aber wenigstens geht das schnell. Na. Und ein. Und ein. Und ein. So, einmal einsammeln. Und es hat nicht gereicht, wir müssen noch mehr machen. So, einmal einsammeln. So, dann würde ich sagen... Achso, geht noch weiter. Warte, wir sind fertig. Aber wir können ja zwischenzeitlich trotzdem schon mal gucken. Oh Gott, verbesserte Werkzeugkiste. Jetzt haben wir so viel, jetzt können wir ja auch mal das machen. Bin ja mal gespannt. Davon können wir zweimal uns was holen, zweimal. Na? Gut, sie sieht hübsch aus. Ja, die färben, die sieht richtig gut aus. Und ich glaube, wir können uns noch mal sowas leisten. Mal schauen, was jetzt kommt. Trommel, trommel, wirbel, 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 eine. Nochmal eine Bahn, okay. Jetzt hätte ich mir eher gewünscht, gleich ein schönes Flugzeug. Na gut, dann gucken wir mal, was wir hier so schönes bekommen. Ein Boot. Okay. Natürlich. So. Mit O. Ich glaube, sie wurde auch schon versorgt. Ist sie jetzt fertig? Sieht gut aus, ne? Ja. Ja. Ich würde sagen, ja. Aha. Verbessern. Verbessern. Ja. Okay, meine Lieben. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss und Feierabend. Wir hören uns das nächste Mal. Würde mich freuen, wenn es euch gefällt und wir weiterbauen können. Ihr seht ja, wie weit wir heute schon gekommen sind. Und das nächste Mal werden wir noch weiterkommen. Und bis dahin. Tschüss.